Hallo bei Inkab Your Pen. Heute möchte ich euch einen Füllfederhalter vorstellen, der mit einer berühmten Zahlenfolge versehen ist und zwar den Hero 007. Die hat bestimmt jeder von euch schon mal gehört und wir werden mal schauen, ob dieser Füllfederhalter diesen besonderen Namen Rechnung trägt oder ob es einfach nur ein ganz normaler Füllfederhalter aus China ist. Ja, ich werde euch wie immer so ein bisschen was auch kurz über die Firma Hero sagen und dann natürlich den Füllfederhalter beschreiben. Danach machen wir Maße und Gewicht. Danach machen wir den Schreibtest. Dann sage ich euch, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Hero 007 und zum Schluss ziehen wir ein kurzes Resümee hier bei Inkab Your Pen. So sieht er aus, der Hero 007. Seht ihr ihn? Ich habe ihn mir in der Farbe Grau geholt. Es gibt ihn in fünf Farben. Könnt ihr euch bei AliExpress einmal anschauen. Da habe ich ihn auch her. Da kostet er ungefähr umgerechnet 2,70 Euro. Und ja, wie gesagt, mit Versand. An der Stelle sei wieder gesagt, ich bekomme weder was von Hero, noch bekomme ich etwas von AliExpress, dass ich euch den hier zeige, sondern mir geht es einfach darum, euch eine Empfehlung auszusprechen, ob das ein lohnenswerter Kauf ist oder eben nicht. Okay, ja, Form ist klassische Form. Ich habe mir den hier im Grau geholt. Das ist hier Kunststoff, der Schaft. Mit einem Metallabschluss, würde ich sagen. Fühlt sich zumindest so an. Einige im Internet behaupten, das sei Kunststoff. Bin ich mir nicht sicher. Ich würde sagen, es ist Metall, auch vom ganzen Gefühl her. Aber würde auch nicht ausschließen, dass man das einfach nur sehr gut gemacht hat und es sich um Kunststoff handelt. Sieht jedenfalls aus wie Metall und fühlt sich auch ein bisschen an wie Metall. Ja, dann können wir hier gleich mal anfangen. An der Kappe seht ihr es nochmal. Hier das Logo von Hero oder Hero. Das ist die Shanghai Hero Pen Company. Die wurde 1931 gegründet und seitdem machen die unter anderem eben auch Füllfederhalter. Hier ist die Modellnummer aufgeprägt 007. Eine relativ berühmte Zahl. Auch von dem bekomme ich übrigens nichts, dass ich den Füllfederhalter hier mit dieser Nummer vorstelle. Okay, ja, dann fangen wir einfach mal an. Es ist eine Kappe, die hier gesteckt wird. Die Kappe geht mir ein bisschen, ihr seht es hier, geht mir ein bisschen zu leicht runter. Ich habe jetzt nicht Angst, dass die abfällt, wenn ich hier so wackele, aber die ist jetzt nicht so fest, wie ich die manchmal sonst so gesehen habe. Es gibt da ganz andere Extreme, da geht sie kaum runter. Da hatte ich den Loom zum Beispiel von Faber Castell. Da hat man die Kappe fast gar nicht abbekommen, aber hier geht es mir fast ein bisschen zu leicht. Ja, ziehen wir es trotzdem mal ab. Also ist hier eine Metallkonstruktion. Ein, finde ich, schöner, schön gestalteter Clip, der auch wirklich absolut funktional ist. Dann hier der Abschluss, da hat man nicht so ganz die Mitte getroffen. Ich muss mal gucken, so sieht man das, glaube ich, ganz gut. Der ist ein bisschen schräg drauf gesetzt. Also verarbeitungstechnisch, der hätte ein Stück in diese Richtung gehört. Verarbeitungstechnisch ist da noch Luft nach oben, aber wie gesagt, wir reden hier von 2,70 Euro inklusive Versand. Also der müsste ein Stück weiter rüber, stört jetzt nicht wahnsinnig, ist auch hier nicht scharf an der Stelle, wo er so übersteht, aber kann jetzt auch nicht einfach so rüber drücken und will ihn jetzt auch nicht zerlegen. Ja, ansonsten Metallkonstruktion, hier oben nochmal das Logo von Hero drauf, könnt ihr hier nochmal sehen. Das ist ganz schön gemacht und wie gesagt, der Clip absolut funktional. Dann legen wir den mal nebenhin, kommen zum eigentlichen Füllfederhalter. Ja, das ist hier so ein schönes Grau, hat mir gut gefallen. Eine verdeckte oder bedeckte Feder hat er hier. Das ist eine feine Feder. Ich denke, die geht so in den mittleren Bereich mit rein. Also wird er auch nachher sehen, sehr guten Tintenfluss. Ja, hier nochmal ein Abschlussstück am Schaft. Werden wir gleich mal zerlegen, legen wir den Schaft mal nebenhin. Griffstück Kunststoff, sehr griffig. Kunststoffgewinde, hier drin auch ein Kunststoffgewinde, also passt alles beides gut zusammen. Ein Quetschkonverter, ich habe ihn schon befüllt mit Tinte, deswegen werde ich ihn jetzt hier nicht drücken. Ich habe mich entschieden für Metzger und Mäntel Türkis, werde er nachher beim Schreibtest sehen. Und ja, so ein typischer chinesischer Quetschkonverter mit der Metallhülse oben drüber. Feder, wie gesagt, verdeckt. Oder wie der Engländer sagt, Hooded Nip. Dann legen wir das Griffstück auch mal nebenhin mit dem Konverter und der Tinte. Wenden wir uns nochmal kurz dem Schaft zu. Wie gesagt, hier ein Kunststoffgewinde mit Kunststoffgewinde. Der Abschlussring in Metall, finde ich auch sehr, sehr gut. Hält die ganze Sache nochmal so ein bisschen zusammen, gibt ein bisschen Stabilität. Hier oben dieses Abschlussstück, da gehe ich davon aus, dass es Metall ist. Aber hundertprozentig sicher könnte ich da jetzt auch nicht sein, aber es sieht alles danach aus. Ansonsten ist es wirklich gut gemachter Kunststoff, weil es sich auch anders anfühlt als der Rest vom Schaft. Schönes Grau, sieht elegant aus, wirkt elegant. Das Ganze erinnert mich so ein bisschen an den Parka 51, aber das sind eigentlich all diese klassischen Füllfederhalter, die so in diesem Stil gearbeitet sind. Ja, soviel zu den Bestandteilen. Wenn man ihn so in der Hand nimmt, liegt er wirklich gut in der Hand. Ist ein klassischer, schmaler Stift. Also insofern alles gut. Und dann kommen wir gleich mal zu Maßen und zum Gewicht. So wie ich ihn jetzt hier in der Hand halte, also mit Kappe, mit Tinte, mit Konverter, wiegt er 13,1 Gramm. Also das ist nicht allzu viel. Da seht ihr schon, ist eher aufgrund der Kunststoffkonstruktion ein eher leichter Füllfederhalter. Und er misst im geschlossenen Zustand, also so wie jetzt hier, misst er 13,6 Zentimeter. Und ohne Kappe misst er 12,2 Zentimeter. Ihr seht, auch bei meiner recht großen Hand liegt er gut in der Hand. Es ist genug Platz da. Er ist auch recht schmal gehalten. Wie gesagt, klassisch schmal. Ich finde es aber nicht unangenehm, obwohl ich eher ein bisschen breitere Füllfederhalter ansonsten mag. Aber hier in dem Fall, finde ich, ist es völlig in Ordnung. Man kann den auch aufstecken. Das hält auch sehr gut. Kann ich euch hier mal zeigen. Geht auch sehr geschmeidig. Ihr seht, hier geht nichts ab. Mit dieser aufgesteckten Kappe in dieser Form, der wird dann auch nicht zu schwer, muss ich sagen. Ich bin kein großer Freund von aufgesteckten Kappen, aber könnte mir auch vorstellen, so hier in dieser Form damit zu schreiben. Und da misst er 14,5 Zentimeter. Okay. Jetzt habe ich euch beschrieben. Maße und Gewicht haben wir gemacht. Dann kommen wir als nächstes zum Schreibtest. Der Schreibtest. Jetzt hatte ich ein bisschen Tinte rausgelassen, weil ich ihn vorhin geschüttelt habe, denke ich mal. Okay. Also, wir haben heute hier vor uns den Hero 007. Der hat eine feine Feder. Und ich finde, die geht eher so ein bisschen in den mittleren Bereich. Aus meiner Sicht. Könnt ihr hier mal beurteilen. Die Tinte ist Metzger und Mändle, Türkis. Wir haben hier einen Quitsch-Konverter. Und das Papier ist wie immer Claire Fontaine. DCP, 160 Gramm. Ja, dann haben wir eigentlich alle Daten. Und da könnt ihr jetzt mal wieder hören, wie der Füllfederhalter hier übers Papier gleitet. Also, ich finde, die klingt ganz fantastisch, diese Feder. Und ihr seht auch hier, der Tintenfluss, der ist ordentlich. Der hat selbst das 160 Gramm Papier. So, na nicht Schwierigkeiten, aber hat schon ordentlich zu ackern an dem Tintenfluss. Dann haben wir ihn jetzt im Moment offen gelassen. Und dann schauen wir uns jetzt mal an, wie es mit dem schnellen Schreiben ist und ob er sofort anschreibt. Ja. Also, ihr seht auch hier, auch mit schnellem Schreiben hat er kein Problem. Verkehrt herumschreiben mit einer Hooded Nip werden wir auch mal probieren. Mal gucken, ob das geht. Ja, geht auch. Aber da merkt er schon. Hat er die ein oder anderen Aussätze auch mal. Aber er hält ganz gut durch. Aber dafür ist er auch nicht, da hält man ihn relativ verkrampft. Dann schauen wir mal, ob wir noch ein bisschen Variation hineinbekommen. Ja. Ja, relativ wenig, wenn ihr euch das so anschaut. Kann man jetzt hier vielleicht ein bisschen, hier ein bisschen, aber richtig viel kann man nicht erkennen. Dann zeige ich euch nochmal den Tintenfluss. Den finde ich, der ist üppig. Wenn ihr das hier so seht, ihr habt es glaube ich auch eben die Tinte noch auf dem Papier glänzen sehen. Also insofern wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Ja, so viel, hier ist auch schon wieder ein Fleck drauf von der Tinte. So viel zum Schreibtest. Und dann sage ich euch als nächstes, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Hero 007. Was gefällt mir gut? Was gefällt mir weniger gut am Hero 007? Also gut gefällt mir der gute Tintenfluss. Ihr habt es beim Schreibtest gesehen. Das war wirklich sehr, sehr gut. Das ist eine feine Feder, die aus meiner Sicht eher in dem Bereich der mittleren Feder tendiert. Aber da könnt ihr euch eure eigene Meinung dazu bilden. Das angenehme Schreibgefühl. Also muss ich auch sagen, die Feder ist weich, gibt ganz leichtes Feedback. Aber ich muss wirklich sagen, für einen Füllfederhalter für 2,70 Euro ein wirklich gutes Produkt. Das hat mir gut gefallen. Der recht breite Strich gefällt mir auch ganz gut, weil ich eigentlich kein Freund von feinen oder extra feinen Federn bin. Die dezente Farbgebung, also hier was Klassisches. Dieses Grau wirkt jetzt hier eher so ein bisschen türkis, ist aber im richtigen Leben, sage ich mal, ist es Grau. Und die relativ gute Verarbeitung, abgesehen hier von dieser Stelle hier oben, wo das so ein bisschen verrutscht erscheint. Ihr seht es hier. Da könnt ihr nochmal reinschauen. Ja, das hat nicht ganz geklappt. Was gefällt mir weniger? Sehr gut. Der recht lockere Sitz der Kappe, ihr seht es hier, ich kann die hier so ganz gut abziehen. Und da bin ich mir nicht sicher, ob, wenn ihr den in der Tasche haltet oder in die Tasche steckt, in die Hemdtasche, ob der in allen Situationen dann so richtig da auch drin bleibt. Oder ob es da vielleicht irgendwie ein Problem geben könnte. Also es wäre mir ein bisschen zu locker, so für den Schreibtisch völlig in Ordnung. Zum Mitnehmen im Sakko oder in der Hemdtasche würde ich mir überlegen. Dann bin ich kein so ein Freund der klassischen schmalen Körper, obwohl der hier sehr gut in der Hand liegt. Muss ich einfach sagen, ihr seht es hier nochmal, wenn ihr den so in meiner Hand seht. Der ist jetzt nicht wirklich klein, aber der ist recht schmal gehalten. Und das ist aber Geschmackssache. Das ist jetzt nichts, was man hier vorwerfen kann, dass die hier einen klassischen schmalen Füllfederhalter produziert haben. Und dann zum Schluss, wie gesagt, ich hatte es ja schon angesprochen, das Abschlussstück, was ich nicht in der Mitte platziert habe von der Kappe. Das ist, glaube ich, da kann man so ein bisschen noch drauf achten, wenn man einen Füllfederhalter herstellt. Aber wie gesagt, es sind 2,70 Euro, inklusive Versand aus China von AliExpress. Der kann aus meiner Sicht locker mithalten bis so in die Kategorie 7 Euro. Vom Schreibgefühl her habe ich daran nichts auszusetzen. Und da muss ich sagen, da ist wirklich eine ganz hervorragende Feder verarbeitet, aus meiner Sicht. Ja, würde ich mir wiederholen. Für den Preis würde ich mir auf jeden Fall wiederholen. Es ist eine angenehme, weiche Feder mit hervorragendem Tintenfluss. Mehr kann man für einen Füllfederhalter oder von einem Füllfederhalter in der Liga nicht verlangen. Er sieht auch noch dazu recht gut aus. Dem klassische Füllfederhalter gefallen. Der wird hier drin ein klassisches Modell entdecken. Auch den Clip, da hat man ein bisschen Aufwand betrieben, den zu bearbeiten oder zu verarbeiten. Also insofern 2,70 Euro bei AliExpress. Macht ihr aus meiner Sicht nichts falsch, wenn ihr euch den 007 von Hero kauft. Ja, welche Erfahrungen habt ihr mit dem Hero von 007 gemacht? Würde mich freuen, wenn ihr mein Video liked und vielleicht auch meinen Kanal abonniert. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen.